Al-Fatihah Wir fangen heute an mit einer mir sehr am Herzen liegenden kleinen Vortragsreihe. Die Sessions sind nicht immer sehr lang, aber wie ich finde, die gehen ans Eingemachte, wie man so schön sagt. Die gehen wirklich sehr tief. Die räumen dort auf. Kennt ihr, wenn man Frühjahrsputz macht, dann gibt es so diese Ecken im Haus, wo man irgendwie das ganze Jahr über gedacht hat, so ach ja, okay, irgendwann mache ich das. Und das sind so diese Ecken hinter den Heizungen, hinterm Kühlschrank. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung ihr habt beim Frühjahrsputz oder an sich mal irgendeinen Putz zu machen. Ja, diese Ecken, wo man nicht so oft hingeht. Und wenn man da mal hinguckt, da muss man so richtig putzen. Das hätte man nicht so erwartet. Da muss man wirklich so diese Mundschutz anziehen und da kommt Staub hoch und da muss man richtig sauber machen. Also, ihr Lieben, diese Vortragsreihe, ich möchte das gern, ich hoffe, dass diese Vortragsreihe, diese erste, ich habe euch ja erklärt, was wir in diesem Ramadan vorhaben, diese ersten paar Sessions über das Thema, die Taube. Die Reue, das Umkehren zu Allah. Das Umkehren zu Allah. Und ich möchte, dass wir, bevor wir überhaupt anfangen, irgendein weiteres Wort zu dieser Vortragsreihe und zum Unterricht zu sagen, dass wirklich jedem von euch, jeder Einzelne, ich selber auch, dass uns bewusst wird, wir sind jeder Einzelne von uns direkt angesprochen. Ich spreche zu mir, ich spreche zu dir, zu jedem Einzelnen von uns und jeder, dem das Wort noch erreicht, weil wenn wir nicht uns selber unter die Lupe nehmen, dann hat uns diese Vortragsreihe nicht so viel gebracht. Ja, dann wurde der Sinn und Zweck nicht erfüllt. Die Vortragsreihe beruht eigentlich auf ein kleines Büchlein, so ein unscheinbares, kennt ihr, wenn man Umrah oder Hatsch machen geht, da kriegt man so diese Büchlein, kriegt man manchmal sogar umsonst, wenn du Bücher kaufst, drücken die dir das noch umsonst in die Hand. So ein unscheinbares Büchlein eigentlich, aber subhanallah, wenn man darüber nachdenkt, dann ist das so, so unglaublich wertvoll. Und zwar heißt dieses kleine Büchlein, Oh du, der Verfehlungen geleistet hat, oh du, der unzulänglich ist, wann machst du Tauber? Wann machst du Tauber? Ja, und darum wird es gehen, ich fasse das quasi für euch zusammen, habe das noch hier und da ein bisschen ausgeschmückt, ein bisschen erklärt mit Beispielen etc., damit das wirklich auch in unsere Herzen gelangen kann. Und wir machen heute den Teil 1 davon, und zwar ist das eine kleine Einführung zu diesem Thema, damit wir das wirklich auch tiefgründig verstehen können. Meine lieben Geschwister, wir alle sind von Allah erschaffen. Ja? Nicht? Ja, Allah ist unser Schöpfer. Keiner steht uns näher als er, weil er hat uns ja gemacht. Wir sind so, wie er uns erschaffen hat. Und er hat uns nicht nur geschaffen und in die Welt geschickt, und jetzt sind wir irgendwo unterwegs und entfernen uns immer mehr von ihm. Nein, nein, wir sind ganze Zeit innerhalb von seiner Macht, in seiner Kontrolle, wenn ihr so wollt, und wir werden letztendlich auch zu ihm zurückkehren. Wenn wir Muslime sind, dann glauben wir fest daran, dass Wir kommen von ihm, wir sind seins, und wir kehren auch zu ihm zurück. Und wenn wir dann zu ihm zurückkehren, ja, den Sterbenden begleiten drei Dinge, sein Besitz, seine Familie und seine Taten, welche zwei gehen zurück? Und welche eine Sache geht mit ihm mit in die nächste Welt? Nur seine Taten werden ihn begleiten. Nur unsere Taten werden uns begleiten. Und deswegen ist es klug, und klug ist wirklich nur derjenige, der sich auf diesen unverbeitbaren Moment, die Rückkehr zu Allah, vorbereitet. Und den Weg, den er sowieso gehen muss, welchen Weg? Den Weg zurück zu Allah. Den müssen wir sowieso gehen. Ja, da ist keine Wahl. Egal, wo wir uns zwischendurch wählen, aufzuhalten, die Rückkehr ist immer zu Allah. Ja, wolle oder nicht wolle, ja, ob du willst oder nicht, du musst zu ihm zurückkehren. Und dann ist es doch klug, sich a, dafür vorzubereiten, ich muss ja eh dahin, dann bereite ich mich lieber vor, und b, mit Liebe und gern zu Allah zurückzukehren. Der hat uns erschaffen. Wir haben ihm sehr viel zu verdanken. Nicht sehr viel, wir haben ihm alles zu verdanken. Willst du etwa widerwillig zu deinem Schöpfer zurückkehren, von dem du alles hast, der dir, wenn du dich nur ein bisschen bemühst, bereit ist, das ewige Paradies zu schenken? Es ist klug, sich auf diese Rückkehr vorzubereiten und mit Liebe und gern zu Allah zurückzukehren. Wie der Titel schon eben, wie ich eben erwähnt habe, das Ayyuhal Muqassir, Muqassir. Wir reden ja immer vom Sünder, ne? Der Sünder. Der Sünder, ja? Für Sünder gibt es im Arabischen aber viele Wörter. Eins davon ist, vielleicht nicht direkt Sünder, aber, ja, man übersetzt es gerne oft als Sünder, Al-Muqassir. Derjenige, Qassir, heißt kurz sein. Qassir ist kurz. Ja? Muqassir ist der, der unzulänglich handelt. Er macht zwar hier und da und, er ist nicht völlig tot in seinen Handlungen, nicht völliger Stillstand, aber eben Muqassir, unzulänglich, mangelhaft, zu wenig. Und der Titel des Buches spricht diese an, die unzulänglich handeln, noch nicht mal die, ja die auch natürlich, aber eben auch diejenigen, die von sich vielleicht meinen, dass Alhamdulillah, ich bin ja schon auf dem Weg, ist ja nicht so, dass ich ein Serienkiller oder ein Unzuchttreibender bin, ja, die schlimmen großen Sachen, die mache ich ja nicht. Ja, aber wir sind alle Sünder, nochmal, da gibt es keine Diskussion daran, jeder der Kinder Adams ist ein Sünder und alle von uns sind dann nochmal drauf, Muqassirun, solche, die sogar in ihren guten Taten und Absichten unzulänglich sind. Und deswegen, die Taube, die Rückkehr zu Allah, das mit Reue zu Allah wenden, ist so notwendig für uns, wie die Luft zum Atmen. So notwendig für uns, wie die Luft zum Atmen. Wenn wir das nicht machen, gibt es keine Rettung für uns. Wenn wir das nicht machen, gibt es für uns keine Rettung. Das Wort Taube, Taube, Atubu Ilaik, kennt ihr das? Wenn ihr Dua macht, in manchen Vergebungsduas, heißt es dann, Wa Atubu Ilaik, oder Atubu Ilaik, dieses Atubu, Taube machen, oh, das ist doch, Frau, ich muss echt Taube machen. Das Wort kennt ihr. Jeder, der irgendwas mit Islam zu tun hat, der hat das Wort in irgendeiner Form schon mal gehört. Kann nichts anders sein. Und das Wort Taube kommt von Taube. Wer sich jetzt gar nicht auskennt, was meint ihr jetzt, das kommt von, ignoriert das einfach. Aber diejenigen, die ein bisschen Arabisch schon gelernt haben, ihr wisst, jedes arabische Wort kommt von einer Wortwurzel und diese Wortwurzel irgendwo zeigt die Urbedeutung dieses Wortes sehr deutlich an. Ja, was heißt das eigentlich wirklich? Weil durch die Übersetzung geht ja viel verloren. Oder nicht immer, aber oft kann durch die Übersetzung etwas verloren gehen von der wahren Bedeutung dieses Wortes. Und das Wort Taube kommt, wie gesagt, von Taube. Taubejatubu ist das Verb, was daher kommt. Und Taubejatubu bedeutet ur, ich will nicht sagen ursprünglich, also in der Wortwurzel bedeutet das Wort in dem Verb zurückwenden. Wenden und auch zurück wenden. Ja, das heißt also, stellt euch das mal vor, ich gehe Richtung ja, äh, A, ich gehe Richtung A, bin am Laufen, Laufen, Laufen und dann sage ich, nee, das ist die falsche Richtung. Ich muss B machen, 180 Grad Wendung, drehe mich um und wende mich zu der anderen Richtung. Das ist Taubejatubu. Das passiert bei dem Vorgang von Taube. Man macht eine Sünde, man macht eine Tat auf unzulängliche, mangelhafte, äh, äh, beschuldigenswerte Art. Ja, du machst was Gutes, aber es ist humpelnd. Ja, es ist nicht ganz in Ordnung, wie du das machst. Wie auch immer, Sünde oder auch eine unzulängliche Tat und dann sagst du, nee, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht okay. Und du fühlst den Schmerz darüber in deinem Herzen. Du fühlst die Scham und die Reue, dass du das so gemacht hast. Du lässt die Hände davon, drehst dich um und sagst, ich mach das nicht mehr. Das ist Taube machen. Jetzt ganz bildlich und, ja, in bunten Farben mal beschrieben, damit wir verstehen, was passiert eigentlich beim Taube machen. Das Wort ist sehr interessant. Man kann das Wort für den Diener, der sündigt eben, gebrauchen, Taubejatubu, und dasselbe Wort gebraucht Allah subhanahu wa ta'ala auch für sich selber. Jetzt passt auf, ja, nicht falsch verstehen. Dasselbe Verb gebraucht Allah subhanahu wa ta'ala für sich selber. Aber aufpassen, so wie wir im Deutschen zum Beispiel hingehen, hingehen, also zu etwas hingehen, oder aber von etwas weggehen. Ja, dieses hin und weg hat ja die Bedeutung vom Gehen verändert. Nicht? Macht Sinn? Ja, die Bedeutung von Gehen wurde mit dem Anhängsel hin oder weg oder darauf, ja, wie auch immer, wurde verändert. Genauso, wenn man Taba, Taba, das Verb, wenden, bereuen, bereuen, wenn man das mit ila, tubtu ilallah, ja, atubu ilai, wenn dieses Verb Taba mit der Präposition ilah erscheint, dann ist es für den Diener, für den Menschen, für den Sündiger, dann ist es für ihn, ich wende mich zu dir, oh Allah. So, wenn dasselbe Verb mit ala, ilah, zu, und ala heißt wörtlich unter anderem auf. Und wenn Allah von sich sagt, dass Taba ala, Allah wandt sich in Annahme der Reue, in Barmherzigkeit, zu dem und dem Diener, dann ist es für Allah subhanahu wa ta'ala. Er wendet sich auch uns zu. Und wir werden inshallah noch die Geheimnisse dieses Wortes und der Eigenschaft Allahs, dass er eben atawab ist. Das werden wir alles noch lernen. Möge Allah uns die Gelegenheit geben und das in unsere Herzen sickern lassen. Subhanallah, was für wunderschöne Bedeutungen und wie barmherzig ist unser Herr, dass er sich uns zuwendet, damit wir uns ihm zuwenden können. Denn wir können nichts, wenn er das nicht erst für uns erlaubt. Ist das nicht eine große Wahrheit? Ja, das heißt, sogar wenn wir Taube machen, ist das ein Geschenk von Allah, denn er hat sich davor uns zugewandt. Ja, ihr müsst jetzt nicht mitschreiben, oh Gott, das ging mir zu schnell, wie war das nochmal, ila ala. Ja, das ist jetzt die Einführung. Wir sprechen darüber noch inshallah in den nächsten Unterrichten, ja, im Detail inshallah. Ja, das ist jetzt so eine Einstimmung auf das Thema, damit wir erst mal verstehen, ist das Thema wichtig? Subhanallah, ja, das ist ja total essentiell. Das ist so wie in diesen Rettungspaketen, wo alles drin ist, wie Soldaten oder im Flugzeug oder, ja, wo diese Rettungspakete, ja, diese Maske, Sauerstoff, diese Rettungsring, ja, das ist in unserem Rettungspaket, das, wie schaffe ich das, wie komme ich heil durch die Dunja und zu Allah so zurück, dass ich nicht vernichtet werde, Subhanallah, dass ich nicht zu den Verlierern gehöre, Taube gehört in dieses Paket. Absolut, essentiell, ohne geht nicht. Wie konnten die bis jetzt ohne diese Sache leben? Das geht gar nicht, ja, und das darf nicht mehr so sein, ab diesem Moment gehört Taube zu unserem absoluten Alltag, ja, mit dazu. Das zur Worterklärung, Taube, ja, Taube, das ist erstmal zur Worterklärung, wir müssen uns, ihr Lieben, in allen Lebensangelegenheiten, in allen Taten, immer. Unsere Richtung, das habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon mal erwähnt, unsere Richtung muss immer zu Allah hin sein, weil wir brauchen ihn, wir brauchen ihn und wir brauchen ihn immer, auch wenn wir uns einbilden, ach, jetzt gerade komme ich ganz gut zurecht, ja, ich habe meinen Sport, ich habe meine gesunde Lebensführung, ich habe mein Superfood, ja, was gibt es da alles heutzutage, ja, von Kokosfett bis Kurkuma, ja, alle Superfoods sind in meinem Kühlschrank gut verstaut, ich weiß nicht, ja, wenn ich mal krank bin, dann überlege ich nochmal, wie sehr ich Allah brauche, aber zur Zeit? Nein, ihr Lieben, wir brauchen Allah immer, das ist eine Illusion, dass wir Allah zu irgendeiner Millisekunde nicht brauchen würden, deswegen, die Richtung, die wir haben sollten, allgemein in unserem Leben, ist immer hin zu Allah und ganz besonders in dem Moment, wo man erkennt, dass Subhanallah, Allah hat mich erschaffen, ich kehr zu ihm zurück, er wird mit mir abrechnen, er wird mit mir abrechnen und wenn man dann erkennt, dass Subhanallah, ich gebe Allah nicht sein Recht, ich gehorche Allah nicht so, wie es sein sollte, ich mache hier und da wirklich Sachen, die nicht in Ordnung sind, in dem Moment erkennt man, dass Subhanallah, ich entferne mich ja von Allah, das ist ja nicht hin zu Allah, das ist ja weg von Allah, jede Sünde ist, ist die in der Hingabe zu Allah oder ist die wegwenden von Allah, welche Richtung hat man in dem Moment eingenommen? weg von Allah, in dem Moment, wo du in Vergesslichkeit, in Nachlässigkeit bist, ist das hin zu Allah oder weg von Allah? In dem Moment, wo du den Spiegel anguckst und verwundert und verliebt in dein Angesicht vergisst zu sagen, dass Subhanallah, Allah hat das geschaffen und Allah wird mich darüber fragen, wie ich mich betragen habe, in dem Moment, wo man in kompletten Trunkenheit seiner selbst ist, ist das hin zu Allah oder weg von Allah? Ich frage euch und diese Ferne, dieses Weg von Allah, die schadet Allah nicht im Geringsten, aber sie schadet uns, aber uns schadet sie und zwar immens, manchmal irreparabel, wenn es zu spät ist, wenn man nicht den Dreh, wenn man nicht die Kurve kriegt, wenn man zu spät die Einsicht gewinnt. Gibt es ein zu spät, fragt ihr jetzt? Ja, gibt es? Werden wir noch besprechen? Dann sagen wir, okay, aber ich bin ja nicht einer, der sich voll von Allah wegwendet, Alhamdulillah, ich bete, faste, freue mich auf Ramadan. Ja, aber auch oft tun wir Gutes und wir sind sehr, sehr mangelhaft in dem, was wir tun. Entweder ist die Nia ein bisschen gespalten, halb für Allah, halb für die Augen der Menschen, halb ist man selber in sich so begeistert und in diesem Ujub, ja Ujub ist so, dass es sieht dich zwar keiner, aber du bist selber total begeistert von dir. Das frisst auch deine gute Tat von allen Ecken, so wie Rost, ja, das frisst sich, ne, an diesem Eisen entlang und so frisst sich diese Riyah einerseits, Ujub andere Seite, dann, ne, das was man gemacht hat, hat man mit dem halben Kopf war man woanders, im Gebet hat man an alles mögliche gedacht. Wie oft ist es so, dass unsere Nia, unsere Absicht nicht ganz rein ist? Ja, kann einer von uns für seine Nia garantieren? Subhanallah, manchmal wissen wir selber nicht. Ja, war das jetzt aufrichtig oder nicht? Yareb, hilf mir. Nimm mal eine gebrochen, humpelnd daherkommende Tat aus deiner Großzügigkeit an. Ich weiß nicht, was ich da gerade gemacht habe. Im Gebet habe ich an alles mögliche gedacht. La haula wa la kuwa ta'ala billah. Ist das nicht so? Und ihr seht schon, diese, diese Vortragsreihe, die, äh, falls ihr irgendwo, ne, so einen Kuschel, Kuschelvortrag sucht, der euch aufbaut und euch sagt, wie toll ihr seid und, ja, dass, äh, dass, dass alles irgendwie ganz wunderbar ist. Es ist alles wunderbar. Alhamdulillah. Aber erst muss diese Einsicht kommen. Erstmal müssen wir unser Nafs brechen, ja, und das wird Thema sein. Das wird ein wichtiger, äh, Schritt sein in dieser Taubereihe, weil wer nicht die Einsicht hat, dass, boah, das ist nicht in Ordnung. Das geht so nicht weiter. Wer diese Einsicht nicht hat, der kann kein Tauber machen. Das ist eine Grundbedingung von Tauber. Deswegen, ich sage nicht, es tut mir leid, weil, es tut mir nicht leid, ja, dieses Thema ist ein wichtiges Thema und in diesem Thema ist ein unglaublicher Nutzen für uns. Und deswegen ein bisschen stark sein, ja, ein bisschen, die Samthandschuhe mal ein bisschen weglegen und lieber sich selber, äh, zur, zur Rechenschaft ziehen, bevor ein Tag kommt, an dem das zur Rechenschaft gezogen werden, vielleicht zu schmerzhaft ist. Ja, lieber jetzt, als wenn es zu spät sein sollte. Wir tun also Gutes, aber mal halbherzig, mal nicht so, wie es sein sollte, mal ist die Nia nicht rein. Manchmal wissen wir selber nicht, ne, waren das jetzt, ja, aufrichtig oder nicht, für wen war das? Und deswegen müssen wir, auch wenn wir Gutes tun, auch da müssen wir uns regelmäßig zu Allah wenden, ihn darum bitten und anflehen, mein Herr, nimm von mir an. Rabbana, unser Herr, nimm von uns an. Wisst ihr, wer diese Dua gemacht hat? Ibrahim und sein Sohn Ismail. Wisst ihr, wann die diese Dua gemacht haben? Unser Herr, nimm von uns an. Wisst ihr, Als sie gerade gesündigt haben? Nein. Als sie gerade irgendwo voll in Röfla waren, in Unachtsamkeit waren? Nein. Als die beiden dabei waren, das Haus Allahs, die Kaaba, aufzubauen. Die Moschee Allahs auf Erden, die am meisten besucht wird, für deren, für dessen Aufbau sie Ajr bekommen, bis zum Tag der Auferstehung. Ja, plus minus. Subhanallah, möge Allah die Kaaba immer besucht sein lassen und möge Allah, Hajj und Umrah, immer offen sein lassen und uns auch gewähren. Amin. Dieses Haus haben die aufgebaut und dabei machen die beiden die Dua, Rabbana taqabbel minna. Hm. Jetzt müssen wir uns fragen, was haben die verstanden, was ich noch nicht verstanden habe? Die Frage müssen wir uns jetzt mal stellen. Und darüber wird es, Inschallah, in diesen Unterrichtsreihen, in dieser Unterrichtsreihe gehen. Ihn anflehen, dass er von uns annimmt. Also auch zu ihm zuwenden, in Reue, in Reumütigkeit, in Einsicht, im Wissen, dass, ich bin mangelhaft, ich bin Diener, ich bin Schöpfung, ich vergesse ständig. Heute war mein Iman noch stark am Morgen und am Abend so, als ob er nie da gewesen wäre. Ist das nicht so? La hawla wa la quwwata illa billah. Taube ist für uns so wichtig wie Sauerstoff. So wie wir ohne Sauerstoff nicht leben können und wenn Sauerstoff wenig wird, fangen wir an, ja, uns schwindelig zu werden und wir kippen vielleicht um, auf diesen hohen Bergen und so weiter, ja. Wenn oder im Wasser, wir können nicht lange im Wasser drin bleiben, ohne Sauerstoff. Genauso gibt es für uns in diesem und schon gar nicht im nächsten Leben irgendein vorwärtskommen, irgendein errettet werden, wenn wir ohne Taube leben. Klar? Und das Wort ist Deghfar, Allah um Vergebung bitten, das um Vergebung bitten und Taube ist, sind Synonyme, das kann austauschbar verwendet werden, aber alles, jedes hat nochmal spezifische Bedeutungen. Ja, also mal werde ich Taube sagen, mal ist Deghfar, aber ich werde auch beide Begriffe nochmal erklären. Nur mal, ne, vorab schon mal. Sünden sind insofern, also nicht nur wegen Achera und ne, diese ganzen Sachen. Sünden sind auch insofern für uns gefährlich und verheerend und deswegen müssen wir sie loswerden. Ja, und da kommt Taube ins Spiel. Taube ist ein ist ein Loswerder, ja, ist ein Aufräumer, ist ein Reiniger für die Sünden. Ja? Und Sünden sind nicht nur deswegen schlimm, weil wir deswegen bestraft werden können, das ist ja klar. Sünden haben auch hier in dieser Welt, in unserem Leben, in unserem Jetzt, in unserem Heute, auch schon ganz, ganz schlimme Konsequenzen. Zum Beispiel beengen sie unsere Brust, legen sich auf unser Herz, Depression, deprimiert sein, enge fühlen, leere fühlen, Hoffnungslosigkeit fühlen, sich selber nicht ansehen können, keine Motivation haben, Gutes zu tun. Das alles hat oder kann auch wegen den Sünden so kommen, kann mit den Sünden zu tun haben. Und ich werde euch das inshallah alles anhand von Koran und Hadith, werden wir alles noch besprechen. Das ist nochmal nur eine Einführung heute. Ja, wir werden das alles besprechen noch. Eber Qaym al-Jaziyah sagte, einer unserer großen Gelehrten, dass die Enge der Brust, der größte Grund dafür ist, das Abwenden von Allah. Al-I'radu anillahi. Das Abwenden von Allah ist mitunter die größte Ursache für die Enge der Brust. Ja, für alle von uns, die ja, und wie oft hört man das? Also von den Fragen, die ich bekomme, wie oft ist dabei, dass ich bin so traurig? Ja, mir geht so schlecht. Ich habe keine Motivation. Ich kann nicht mehr. Es kommt einem vor, als ob die Leute alle unter Wasser wären und denen fehlt diese, was haben die Taucher auf dem Rücken, diese Flasche mit dem Schlauch, Sauerstoffflasche, ja, als ob denen die Sauerstoffflasche fehlt. Warum? Woher kommt das? Woher kann das vielleicht kommen? Vielleicht wegen unseren Sünden. Ja, also auch in dem Sinne ist Taubermachen wie diesen Schlauch nehmen und endlich Sauerstoff atmen. So ist Taubermachen und noch viel mehr. Weil wenn das Herz mit irgendjemandem verknüpft ist, außer Allah, dann diesen Zustand bezeichnen wir unter anderem als Rafla. Rafla ist die Achtlosigkeit, die Unachtsamkeit, ja, dass wir irgendwie so ein ganz anderem Film sind als die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wir kommen von Allah, wir kehren zu ihm zurück und du bist irgendwo in Film 6, 7, 8. Ja, du bist ganz woanders. Ja, du denkst, du wärst ewig hier und du hast ja ganz andere Aufgaben und du hast diese und diese Ziele und du vergisst ganz, wohin die Reise geht. Das ist Rafla. Das Gegenteil quasi von Taqwa. Ja, wenn ihr euch erinnert, ich habe euch Dachwa ja erklärt, deswegen, die Taube hilft dir dabei, mal zu schauen, Mensch, was ist da eigentlich alles los in meinem Herzen? Boah, wie Jahrmarkt, was läuft da alles rum? Ja, und bedeckt das eigentlich Wichtige? Da, da hilft dir die Taube, das mal aufzuräumen. Ja, Taube ist wie Licht, ne? Wissen ist ja auch Licht, Wissen, Iman, das ist alles Licht. Und die Taube kommt eben auch wie ein Licht daher, der dich mal schauen lässt, ist, wo Mängel und Rafla in deinem Herzen ist. Wir können also quasi sagen, die Taube ist wie eine Heilung für diesen Missstand, ja, für diesen nicht in Ordnung Zustand. Wahre Taube wird Heilung bringen. Die stellt wieder Harmonie, Balance her, weil diese Richtung zu Allah zu wenden, das ist genau so, wie wir leben sollen. Wenn etwas nicht im Lot ist, wenn etwas nicht in Ordnung ist, zum Beispiel wenn das Wasser aus den Ufern rübertritt, dann nennen wir das Überflutung. Überflutung, ist nicht in Ordnung. Ja, die Häuser werden nass, Leute verlieren ihre Geschäfte, da ist etwas nicht im Lot gewesen, ja? Oder genauso wenn Allah bewahre, die Sonne sich nur einen Zentimeter bewegen würde oder einen Meter bewegen würde von ihrem Platz, die könnten nicht überleben auf dieser Erde. Alles hat seinen Platz. Ja, wir als Diener haben auch unseren Platz und wenn wir den verlassen, dann ist komplettes Chaos. Und das sehen wir dann anhand von Depression hier, ja, Hoffnungslosigkeit da, harte Herzen dort und wie kann das alles wieder ins Lot gebracht werden? Mit Tauber. Mit Tauber. Dann Sünden laden auch das Unglück ein. Schicksalsschläge, Musiba, Unglück, Unheil, was uns trifft, in Besitz, am Körper, an den Kindern, die ganze Gesellschaft kann von Strafe oder von einer heftigen Erschütterung ereilt werden. Ist der Koran nicht voll davon, dass die und die haben gesündigt und dann wurden sie erst mal ermahnt, die waren hochmütig und dann kam der Schlag Allahs und sie konnten ihn nicht mehr abwenden. Ich meine, da muss man schon echt gar nichts mit dem Koran zu tun haben, damit man das nicht gelesen hat. Das ist ja wohl eine Tatsache, dass das so ist. Die Sünden laden die Musibah ein. Und wie kannst du die Musibah abwenden? Mit Taube. Qatada, auch einer der großen Gelehrten, der sagte, dass dieser Koran sagt euch, was die Krankheit ist und er sagt euch auch, was die Heilung ist. Und er sagt dann weiter, dass die Sünden sind eure Krankheit und die Taube ist deren Heilung. Allahu akbar. Genau, an diesem Punkt machen wir dann inschallah nächstes Mal weiter mit dem nächsten Punkt über Taube. Ihr seht, das ist ein sehr eindringliches Thema, aber ich finde, nicht finde, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, deswegen teilt auch mit anderen, aber vor allem, vor allem, teilen, das kommt alles sehr sekundär, vor allem, jeder einzelne von uns, wendet das als bis zum nächsten Unterricht. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuhu. 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 Wabarakatuhu.